so nur eigentlich nicht aber gut zu wissen dass ich das jetzt weiß ich bin der Held von allen müssen dann weniger das war es mit nachher so hier vielleicht um ja da braucht auch wieder Hilfe die Mission ging auf jeden Fall nicht aus okay so eine tägliche Diskussion wie schön auch das ist so was muss denn da wie ich es lieber zu diskutieren was ist der immer noch zuhause bei sich eventuell ich gehe mal da rein ach der will bestimmt jetzt seine komische Blüte da haben wo ist der denn er war doch gerade noch hier da ist er ja Asphalt und blauer Silber nach hier jetzt kann ich den Werkpunkt mehr blauer also Asphalt 20 mal das andere nur einmal mal da fehlt uns aber da müssen wir wieder Blumen sammeln da müssen wir wieder Blumen sammeln und das andere geht uns sowieso aus was ist mit dem Asphalt was ist mit dem Asphalt gut das habe ich schon mal und da für das andere fehlen uns Blumen da machen wir mal so eine Blumentour oder ich gucke mal auf die Karte und mache alle Blumen auf eine Stelle und dann brauche ich nicht so lange laufen ist auch eine Möglichkeit jo na dann verabschiede ich mich erstmal für diese Folge bis dahin noch viel Spaß und tschüss Willkommen in einer weiteren neuen und frischen Runde von Team Light Valley jetzt gucke ich mal das Inventar das Inventar ist leer ähm habe jetzt gerade meine Tochter ins Bett gebracht und jetzt ähm spiele ich hier ein bisschen noch Team Light Valley ähm und schauen wir mal was ja mit der neuen Karte mit dem neuen Glück hier und ich weiß gar nicht ob dieses Osterspecial noch da ist dass man immer noch die Eier dann sammeln kann so ähm hier ich habe jetzt auch übrigens die Bremsen Blumen gesammelt ähm da konnte ich jetzt auch einiges schaffen so und trotzdem sammle ich weiter Blumen weil Blumen sind ja auch hier immer irgendwie wichtig habe ich das Gefühl ähm damit hängt auch einiges zusammen mal gucken mal gucken was haben wir denn jetzt da äh 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 wieder was unwichtiges jetzt gehen wir mal zu den ganzen Unkraut ach wir haben hier ja noch die Bananen stimmt da war ja was jetzt können wir nämlich ganz gemütlich durch die Welten gehen und uns das hier alles zurecht sammeln gut die Blumen die spawnen wieder weiter die spawnen weiterhin überall aber es ist auf jeden Fall schon mal besser geworden so so das ist natürlich total doof wenn das hier total wenn das hier alles hier durcheinander schwebt ähm ähm ja muss nicht sein finde ich ähm das war jetzt gerade jetzt wirklich etwas doof ja ich wollte eigentlich erstmal bis aufwachen weil ich bin ja fast mit äh im Bett auch mit eingepennt ähm dabei wollte ich noch mit was machen und ist nun mal so wenn man den ganzen Tag unterwegs war überall Holz da auch ist in Ordnung die erste was so ach ne jetzt aber nicht mehr jetzt reicht's langsam so ich hab dir den Arm ich hab dir nur den Finger gereicht dann muss ich gleich den ganzen Arm nehmen ach jetzt endlich mal ein Puzzlestück endlich ein weiteres Rätsel haben wir begonnen gut ach da sind wieder zwei neue aufgetaucht hier haben wir auch wieder etwas ja 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 na ich frag mich wann die ein äh zwei Missionen müssten dann mit den Toren kommen und dann müsste das ja eigentlich Oma hier erledigt sein aber bei hier ist natürlich ein bisschen was zu machen so ok jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich wieder reichlich voll hier wenn ich mal ins Inventar gucke wir müssen jetzt sowieso wieder nach hause ähm jetzt soll das werden ja der Tag war heute sehr sehr anstrengend gewesen hier war heute sehr viel unterwegs boah ey alter geht ihr mir auf den Sack hier nimm und halt die Kappe ja schön wenn sie nicht schmeckt ist nicht mein Problem so das kommt dann da rein ok ähm weitere Blumen haben wir jetzt hier nicht die Eier die können wir gleich hier rein hauen ah meine Nase juckt schon wieder ok weg gut hammer Kartoffeln Paprika Tomate hier ist auch schon voll ist auch schon voll äh Maiskolben ist hier ja nicht enthalten aber eine Gurke die haben wir ja gar nicht geerntet das haben wir voll so Zwiebel haben wir auch voll Pilze Pilze haben wir voll Knoblauch haben wir voll ja Salat haben wir ja schon reingepackt das hier ist auch voll hier ähm das passt auch noch mit rein und das haben wir voll ok jetzt gehen wir mal in die nächste Truhe jetzt habe ich endlich mal einen kompletten Durchblick gehabt so äh